War doch da überall mit den Fenstern richtig scheiße, ey. Ne, überall rein, sche... Boah, Greg, fuck mich nicht ab. Nicht? Nee. Oh, was ist denn? Oh, ey. Nee, jetzt ist das schon so ein anderer Affe, ey. Ach, ich hab hier vorne wieder kompletter Schmerz. Jetzt ist hier auch wieder alles schlecht. Ach, jetzt steh ich mich hier noch gut... Ach, nein! Nein! Alter, ich schieße ihn dreimal in die Fresse und er stirbt nicht. BIT! Boah, ey. Geht ja auch noch gar nichts los. Ja. Ich möchte meine Ecke. Alter, der messert ja alles. Äh, du Bot! Noch ein Bot, zwei Bots, da kommt man auch nicht durch. Wo holst du denn hin? In die Ecke. Hier, raus, unten raus, hinten raus... Und dann geradeaus... Ach so. In die Ecke da. Ja, ja. Und dann geradeaus raus. Ja, 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 ja. Ich werde fast hin und komm. Ja, ich war einmal da und dann kam noch einer mit dem Messer. Und dem hab ich zweimal in den Kopf geschossen. Mit der Glock, leider. Leider, nicht so ruhig. Aber ich gehe direkt raus, ne? Was? Hinten, oh schau. Schade, 42. Äh, ich bin auf dem Dach hier. Oh, ein Taucher. Die haben einen Taucher dabei. Ey, Junge, du bist falsch. Ein Taucher. Wir sind Flossen. Ja. Was soll das denn? Was will der hier? Boah, was der alles denn kaputt hat, ey. Es ist ja... Das müsste schon... Schon, äh, eine Strafe auf Bewegung geben. Ja, vor allem, wenn du dich verstecken willst, dann bist du ja viel fetter. Nein, das ist AFK. Guck mal, das sind 100 Schaden, die da einfach so rumstehen. Oh. Liegen. Nee, ich glaube, das ist mehr. Je nachdem. Also, wenn du den mit der AWP in den Kopf schießt, dann hast du 400 Schaden oder so. 471. Ah. Das weiß ich nicht. Ich bin gespannt. Ich mach das einfach mal. Mit der Shotgun. Willst du da hin? Äh, hinten raus. Im richtigen Moment. Ich glaube, der ist jetzt. Boah, da stehen ja mal ganz schön viele. Mein Blüter. Oh, nee, da kommt wieder einer mit dem Schild angetuckert, da. Ne, der zählt nur 100. Oh Gott, die sind alle auf dem Dach da, oder was? Zählt nur 100 für den Kill. Auch, keine Ahnung. Dann macht das alles gar keinen. Äh, das macht gar keinen. Die schmacken. Oh, drei auf dem Dach, ne? Bist du denn? Aber der hat halt eben tatsächlich, äh, ich weiß jetzt nicht, wie viel Damage du jetzt in dem Spiel gemacht hast. Was er eben halt wirklich die ersten beiden Runden mitgezählt hat. Wird aber auch immer erst nach der Runde aktualisiert, hab ich jetzt gerade gesehen. Also, vielleicht. Oh, nee, da ganz hinten auf der Brücke, oder was? Oh Gott. Das ist ein Scheiß. Da brauchen wir nicht hoch. Ich muss nicht mehr in den Schott kommen. Oh, nee. 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 Was ist das denn? Kick. Was? Du bist da oben. Was machen wir denn? Hallo? Kann ich mir ja auch was kaufen. Boah, ey. Gut sie. Zimmel. Ach, Mann, und dann kommt da einer. Okay, ich hab schon mal ein Scout. Ah. Nein, das ist ein CT. Haben wir leider nicht. Was soll diese Flash? Kommt einfach keiner. Wohin? Hin? Nein, da kommt keiner. Hä, wo ist denn das? Ich hab keinen gesehen. Die kommen aus ihrer Base. Oh Gott, ey. Jetzt pushe ich gleich und dann sind die da alle. Ich hab den Taucher erlegt. Da kommt einer. Wie soll man hier Schaden machen? Der CT-Seite. Die kommen alle zu dir. Das ist brutal. Ja, schon. Der Taucher, ich hab den Taucher noch erwischt, wie er da quer über den Platz wetzte, mit seinem Flosemanschlag. Da war der erste, der da reinliegt. Da, wieder. Der Taucher. Der Taucher. So, noch zwei auf. Kann ich wechseln? Ja. Wegsel. ich mich ganz hinten links ich hab's doch gesagt ich weiß nicht dass die so schnell aber jetzt sieht es schon wieder ganz anders aus oh man jetzt dauert das so ewig Albert Burges 01 weiter nein er hat aufgehört warum hat er aufgehört jetzt holt er noch die Runde ey Albert das geht auf Zeit geht das verloren ja gut dass ich direkt komm kick ihm ah gut immerhin ach ist das traurig alter oh nein der steht da jetzt warte ich kann ja wie heißt der Kalunge Uni wo ist der Ok Forsani Uzi äh 5 5 5 Stimmen hat er schon eine eine bräuchte ah warum stand der nur da und hat selber Votes verteilt die ganze Zeit ja ach toll gut dass ich noch gewechselt habe das hat sich echt gelohnt da auf das ist wie